Oh Gott, ich bin am Boden! Ja, zu spielen, Ara? Wo ist er? Ja, wo ist er? Der Bibe hat keine Überlebenschance mehr. Und mein Arm gleich auch nicht und meine Schulter. Ich bin erst kurz aus dem Krankenhaus raus und, oh Gott! Du bist gar nicht so groß und du ziehst wie eine Große. Der Biber der Versuchung. Magst du Biber? Nein! Aus! Super! Und? Jetzt kannst du ja damit rückspielen. Der ist sowieso jetzt tot. Soll ich ihn noch einmal schmeißen? Und da haben wir Prinz Pedro. Hi! Was hast du denn da erbeutet? Aras Ball? Prinz! Prinz! Das ist eine Katze. Die hört natürlich nicht, wenn sie mal hören soll. Hallo! Was machen sie da? Was machen sie da? Was machen sie da? Ich kann sie sehen. Ich sehe ihren Hintern. Ich sehe alles. Und ich sehe, dass sie weggehen. Meins! Meins! Okay! Nochmal! Okay! Ich bin auch nochmal auf dem Boden. Nein! Der Biber! Jetzt wird sie stündlein geschlagen. Ich sehe seine Gedärme, seine Füllung weg. Oh Gott! Das kann nur eins bedeuten, dass der Biber nicht lange lebt. Jetzt sind wir an den Punkt gekommen. Der Hund hat das so zerpflückt. Das ist das Innenleben. Und hier haben wir irgendwo noch den Rest davon. Und jetzt signalisiert sie mir, dass ich da nicht dran geht sei. Schauen wir mal kurz bei den Axeluteln im Dunkeln. Und da seht ihr ihn! Spike! In seiner wundervollen Größe. Er ist ein... Nein, nicht ein Zentimeter. Er ist 0,5 Zentimeter gewachsen. Was ist los? Du bist so wunderschön! Meine Güte! Ihr kommt bald zu meiner Hose! Und wisst ihr, warum die Poten, also die Flossen von Axeluteln eigentlich so schwarz sind? Wie so schwarze Fingernähnchen. Das zeigt nämlich, dass die Männchen zum Beispiel paarungsbereit sind. Also geschlechtsreit. Sie kriegen dann im Alter mit der Zeit natürlich auch ausgeprägter, sobald auch der Kampf verändert und dann die Paarung ansteht. Was natürlich gerade und momentan ein bisschen tote Hose ist. Naja, ohne Zahn ist nicht so impressed. Für die liegt da einfach rum. Ja, die Pflanzen sind mir ja alle verstorben, wie man das erkennen kann. Weil ich bin ja froh, dass jetzt meine Mutter auf die Tiere aufpasst und immer hier abwechselt. Wegen dem Wasser. Und das sehen wir auch da oben. Und wir haben zwei Fischis. Meine Mutter hat Futterfische gekauft. Das sind Kardinäle. Ich habe gesagt, okay, mach das. Ich habe sowieso keine Zeit, um mich um die Tiere zu kümmern. Und die haben überlebt. Es waren mal fünf und die schwimmen seit drei Wochen oder so hier im Aquarium rum. Nur, ja, die sollten eigentlich sofort gefressen werden. Ich habe ihr gesagt, sie soll es machen. Ich bin da nicht. Aber wenn die überleben, dann habe ich Fische. Dann werde ich mir überlegen, weiterhin Kardinäle zu holen. Und das, was so laut ist, ist einmal die Luftpumpe. Und da habe ich einmal den normalen kleinen Filter dran, sieht man. Und ja, es ist spärlich, aber es ist nicht mehr für lange. Wasserqualität stimmt. Ohne Zahn muss unbedingt gleichen. Und ich hoffe, das macht sie dann auch, sobald sie dann umgestiegen ist ins Säuerbecken mit den ganzen Pflanzen. Es riecht schon wieder ein an Pakete. Aber es ist nicht für dich. Also, ein bisschen war für dich, aber der Rest auch nicht. Ich habe bei, einmal Zoo Royale, Zoo Plus und das andere müsste eigentlich Inter-Aquaristik sein. Aber wie ich gelesen habe, ist es auch wieder Zoo Plus oder so. Keine Ahnung, weil ich erwarte drei Pakete. Ja, die Miyuki hat mir ordentlich zugelangt für die Tierchen. Und da können wir hier einmal reingucken. Weil ich brauche so unbedingt einen neuen Vorrat an Kräutern und an neuen Nagersachen. So. Und hier haben wir so alles. Kräutergarten und 10%... Oh, jetzt 10% Garten, das stand da gar nicht wo. Und ganz groß, da freue ich mich auch drauf. Hier so eine riesen Brücke für die Kaninchen. Und da unten auch noch weitere Sachen und das ist zu viel. Und auch eine Brücke. Ich glaube, die ist aber zu klein. Ich werde sie trotzdem mal ausprobieren. Und ich bin hier gespannt. Und wir haben für die Katze hier einmal von Markus Mühle, weil es im Angebot war zu testen, hier das Trockenfutter mal geholt. Ja, weil meine Eltern füttern noch Trockenfutter dazu. Diese Verpackung hier. Also... Ich finde, man meinte das noch da reingekriegt. Irgendwie so. Man hätte mal ein bisschen größer den Karton noch wählen können, weil es gibt auch noch größere Kartons. Hier sehen wir zum Vergleich. Ähm... Was ich jetzt mal sagen will, ist, dass bei Zoo Plus sind die Kartons immer viel größer und der Inhalt ist aber nicht so. Und bei Zoo Royal ist wenigstens, dass die Kartons kleiner sind und dafür besser ausgefüllt, weil... Ich weiß nicht, das ist dann immer ein bisschen Umwelt. Keine Ahnung. Aber wenn man natürlich auch große Sachen, wenn man Hohnnötte kauft oder so, dann ist das klar. Dann kann man nicht ein kleines Ding nehmen, aber das... Naja, trotzdem. Neues Futter, die ja nicht sein müssen. Hat man nicht alles immer alle. Wir sind jetzt hier bei mir zu Hause. Ich weiß, der Vlog ist ein bisschen komisch geschnitten, aber das ist auch wegen dem Wetter und all das. Und hier haben wir ganz viel von leckerem Gemüse von der Markthalle. Das ist sowas ähnliches wie real, nur ein bisschen moderner hier in Krefeld. Und da werde ich jetzt was draus machen für die Kaninchen zum Abendessen. Zumal wir hier Möhrchen. Das ist unser Sellerie. Das ist eine Gurke. Also der Rest von einer Gurke, der übrig geblieben ist. Dann haben wir hier Rucola. Dann haben wir hier... Ich glaube, das ist... Ja, normaler Salat. Und hier haben wir ein paar Kohlrabi-Better. Und das, was man da finden konnte. Und dazu noch den Rest hier von dem Umana-Salat auch noch. Dann mixen wir dann alles, also ein bisschen zusammen. Und das wird dann zweimal am Tag frisch gefüttert. Morgens und abends. Hallo, für dich gibt es auch einmal frische Gurke Shihiro. Hier. Oh, was ist das denn? Jetzt nimm doch schon. Du magst das. Ich weiß, dass du das magst. Ich lege es dir hier hin, weil du frisst das bestimmt gleich. Ist immer das gleiche. Erst will sie mich und dann nimmst du das ganz vorsichtig. Da. Geht dir das? Jetzt ist halt im Sand. Jetzt ist alles schön lecker voll. Naja, das werde ich dir jetzt dann nicht aufheben. Dann kannst du schon selber machen. Wenn das nicht meiner was total leckerem und gesundem aussieht. Die zwei süßen Sachen schon ganz aufgerichtet. Das ist niedlich. Weil sie es kaum erwarten können, was zu Fresen zu bekommen. Mein lieber Herr, könnten Sie ein bisschen... Ja, ja, du frisst das schon sofort, bevor ich das überhaupt dahingestellt habe. Guten Hunger und guten Appetit bei eurem Abendbrot. Ja, ich glaube, das schmeckt dann wohl ganz gut. Die fressen immer zuerst die Kohlrabiblätter weg. Also egal, was ich denen anbiete. Der Rest wird liegen gelassen. Aber das ist auch bis morgen total leer. Ihr habt den letzten Video mal geschrieben. Hey Karl, das ist total mega zahm. Es sah nur so aus. Ich arbeite immer noch an ihn ran. Bei Bröckchen ist das so kein Thema. Aber bei ihm... Also, dass ich auch selber hier mal so ein bisschen rumfassen kann. Wenn ich ihn jetzt anfasse... Ah, doch. Guck mal. Ne. Da, das ist ihm immer noch so ein bisschen so... Jetzt gehe ich lieber zu meiner Schwester und da habe ich meine Ruhe. Aber ich tue oft so, als ob ich ihn streichel. Weil dann gewöhnt er sich einfach an eine Berührung. Ja. Ne, doch nicht. Die weg. Bäh. Und mit Bröckchen übe ich momentan so im Zahnbereich, dass sie auch auf meinem Schoß kommt und frisst. Und es ist mega warm. Deswegen bin ich hier gerade nur im Top. Uh. Aber Leute. Ist das nicht süß? Es ist so niedlich. Oh, diese Nase. Wie sie frisst. Oh. Suckerschock. Ja. Oh. Die ist so süß. Man kann sie so schön streicheln. Oh, jetzt geht sie wahrscheinlich weg. Nein, sie will noch ein bisschen hiervon haben. Hier. Hallo. Oh, gib mir das. Dann sind noch neue Wasserpflanzen auch angekommen. Das mache ich aber ja in einem extra Aquaristik-Video. Von InterAquaristik habe ich da wieder bestätigt. Mit diesen großen Aschen, wie man sieht. Und ja, das war es jetzt eigentlich mit diesem Vlog, weil mehr gibt es nicht zu sehen. Ich wüsste nicht, was ich euch sonst noch zeigen sollte. Oh, ich öffne jetzt kleine Zoe. Die ist gerade erstarrt, weil sie gar nicht weiß, was los ist. Bibi. Hast du gerade dein Kaffeekränzchen da abgehalten? Sie schaut nämlich so aus. Sie wartet auch auf Futter. Ich würde an der Stelle sagen, ich bedanke mich einmal fürs Zuschauen hier bei dem Vlog und schaue mal bei meinen anderen, vor allem bei der Einnahmsteraufnahme, jetzt wieder vorbei. Tschüss. 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 Chicos.